meine damen und herren wir kommen zum thema aufgaben mit lösungen also ich rede jetzt ein kleines bisschen damit ich noch die links unterbringen kann wir haben das alles schon ein paar mal gemacht ihr könnt dann wirklich zu den einzelnen links hüpfen also anklicken und da schauen wie das weitergeht weiter geht's mit unterrichtsmitschnitten und auch im video kann man ja hüpfen da machen wir solche sachen alles zum beispiel oder das hier oder das hier und so weiter und so fort also diese links die werde ich dann alle einfügen moment mal ich mach man ich mache eine leere seite hier wenn dann die links kommen jetzt ist ein bisschen übersichtlicher und immer schön hier oben auf das i achten da habe ich meistens auch irgendwelche links untergebracht so dass man da ein bisschen schneller hin hüpfen kann na denn also viel spaß beim üben der spaß kommt mit dem kennen lernen und verstehen und lernen und dann verstanden haben kommt mit dem lenken sein und dann was das